Hi, ich bin Dr. Collie und ich bin ziemlich sauer. Ich musste hier mal was loswerden, Leute. Ich habe ja viel Verständnis dafür, wenn Menschen feiern und Musik hören möchten und so weiter. Ja, wenn ihr bei euren sogenannten Musikveranstaltungen den Lärmpegel so hoch schiebt, dass fünf Kilometer weiter noch die Erde zittert und man sich nicht mal in einem Raum gegen euren Lärm schützen kann, weil die Wände brummen, dann hat das nichts mit Party und mit Feiern und mit Freak sein oder Hippie oder Techno zu tun. Das Geräuschfolter, was ihr tut, ist Körperverletzung. Ich sitze hier in der Pampa fünf Kilometer vom nächsten Ort weg, weil ich geräuschempfindlich bin und nicht schlafen kann, wenn überall Lärm ist. Und da müssen sich irgendwelche Arschlöcher mitten in die Bampa, in die Wildnis, in die unberührte Natur setzen und mit ihrer Techno-Scheiße so Lärm veranstalten, wo ich die ganze Nacht nicht schlafen kann. Leute, ich sage euch, das hat nichts mit Party zu tun. Das ist asozial. Einfach nur asozial. Habt ihr eigentlich nur alle Tassen im Schrank, euch mit so einem Lärm zu beschallen? Das ist hier unangenehm, weiß nicht, wie ihr morgens noch in den Spiegel gucken könnt, echt. Ich kann euch sagen, Leute, ihr erzeugt so einen Hass und so eine abartige Vibration für eure Feier, da kommt nichts Gutes bei rum, ich kann euch nicht sprechen, echt, echt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 ... 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